Hallo Leute und willkommen hier zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder hier, diesmal nicht in War Thunder, ich wollte glaube ich wieder sagen War Thunder, nee. Heute sind wir ein bisschen früher in der Zeitleiste mal dran, diesmal hier im Mittelalter mit Mordhauer. Ja, ich weiß halt nicht, ich habe das Spiel jahrelang nicht mehr gespielt, ich habe es früher mal... Autsch. Stirb. Autsch, Autsch, Autsch. Ja, gut, wo war ich? Genau. Ich habe das Spiel vor, glaube ich, einem Jahr oder so, also schon lang, lang her das erste Mal gespielt. Schaut der nicht cool aus, der Charakter, den ich mir zusammengeschossen habe? Schon, oder? Müsste schon zugeben, oder? Der schaut schon cool aus. Ja, dafür bin ich mir sehr stolz, ja. Nee, aber was gibt es zum Mordhauer zu sagen? Ich bin ziemlich schlecht, glaube ich, geworden. Also ich war früher besser, aber ändert nichts daran, dass ich es heute mal wieder probieren will. Der hat einen Pfeil in seinem Arm stecken. Okay, geht so auch. Gut, Dankeschön. Da ist so ein Paladin oder so. Oder was Größeres. Stirb. Daneben. Aha, Buzza. Ja. Mann. Stich. Ich kann mit dem so zurück, ähm, man. So ausweichen halt. Ganz eigener Name, Mann. Ja, irgendwer von hinten, der auf mich draufgesprungen ist und mich geraept hat. Keine Ahnung, wer das war. Irgendwer mit einem Zweihänder. Nee, aber ich habe so Ausweichen mitgenommen. Da kann ich mit Leertaste, wenn ich rückwärts gehe, ausweichen. Oder ich glaube, ja, seitlich auch. Ausdauer, Ausdauer. Okay, gut. Tja, aber dafür, dass ich eigentlich so viel Panzerung habe, ich habe nämlich recht viel Panzerung. Mein Helm ist auf der höchsten Stufe, also die stärkste Panzerung. Und der Rest ist mittel, nämlich. Kann ich... Bist du ein Gegner? Nee. War zum Glück nicht draufgehauen. Es gibt zwar Team-Schaden, ist zwar nicht so viel, aber es gibt Team-Schaden. Nur so als kleine Info an euch. Hör auf. Okay, so geht's auch. Ja, ich habe mir gerade gedacht, ob wer da neben mir ist. Ist das cool irgendwas? Nee. Wie gesagt, ich kenne die Steuerung nicht mehr so gut wie früher und alles. Weil da kann man auch so richtig abgehen mit Andeuten und genau voll in die Fresse bekommen. Daneben. Und irgendwie hat ein Speer auf mich geworfen. Hey. Wer war das? Ist das du da oben? Nee. Wer war das? Das sind meine Team-Mates? Ich meine, ich habe jetzt ein Wurfspeer, aber... Wien verwende ich den? Dich? Doch nicht. Autsch. Danke, dass du voll auf mich reinhust. Dankeschön, Team-Mate. Das sehe ich gern. Okay. Bisschen. Aha, daneben. Au. Ich brauche Ausdau. Ich brauche Ausdau wieder. Ich habe wenig Leben, aber auch. Irgendwie muss ich die FOB oder wie das heißt nochmal höher stellen. Ich glaube FOB. Autsch. Das ging direkt in die Rätsel rein von meiner Maulage. Kann man das? Wir haben verloren, oder? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, wir haben verloren. Das ist alles auf Ultra eingestellt. Ich hoffe, das hält das aus. Das kann ich noch auf Boost einstellen. Ähm. Bla, 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 bla. 144. Das passt Sichtfeld. Genau. Schalten wir auf 90 Mal. Das sollte, glaube ich, besser sein. Da, da, da stampfst du herum. Was ist das für ein Pferd? Das wird wahrscheinlich 3, 4 Tonnen oder so. Gefühlt. So wie es sich anhört, ja. Ich habe von der, von der, Mann. Mann, Alter. Von der Audio. So, dass ich es mal rausgespuckt bekomme. Ähm. Von der Audio passt alles, weil. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Aber laut OBS, laut diesem P-Geld, den man da hat. Der irgendwie die, ja. Dem ich überhaupt nicht mehr vertraue, bin ich ehrlich. Sollte alles passen. Ich hoffe mal. Tz, 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 ja. Ja, ich glaube, das passt von der, ja, ich glaube, es ist FUV, soweit ich weiß. Haben wir ein bisschen mehr Spielraum, nämlich. Sehen wir mehr. Zumindest ist es für mein Bildschirm ein bisschen angenehmer, nämlich. Ich habe jetzt nicht den winzigsten Bildschirm. Ja, auch nicht, auch nicht ein riesigen, natürlich. Aber ich habe keinen Fernseher jetzt vor mir. Fünf Zentimeter vor mir stehen, das nicht. Na, ganz runter. Gaaaanz runter. Zack, 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 zack. Das Spiel ist aber auch echt schön. Und es läuft richtig smooth. Das Ding ist, ich nehme halt auch nebenbei auf. Das ist das Ding. Und es läuft so smooth auf Ultra nebenbei. Das geht bei Warfunder nicht. Also, wenn ich das bei Warfunder mache, dann zerreißt es. Mein gesamten PC gefühlt. Das habe ich nur auf hoch. Nicht auf sehr hoch. Kann ich nicht auch. Ne, B wollte ich nicht. Wie ging das nochmal? Schreiben will ich auch nicht. Perry has left the server. Nein, nicht Perry. Perry, das schnabelt hier. Ne, schreibt man anders aber mit E. Kann ich nicht. Hör mal hier wieder. Kann ich nicht. Irgendwie kann ich doch. Auch lachen, aber wie? N? Ne. X ist Gesten. C ist Sprachbefehle. Okay, so. Ah, da müssen wir hin. Komplett der falsche Weg gerade. Hallo. Moin. Scheiß Glocke. Die wir gerade in den. Autsch. Oh, sorry. Sorry. Wollte ich nicht. Der ist mir ausgekommen. Achtung, Gegner. Irgendwie habe ich den. Okay, ne. Das war mein teammate. Naja. Aber ich bekomme den Kill. Ich bekomme den Kill dafür. Der Trickster hat mich gekillt. Naja. Keine Chance gegen den Trickster. Was soll ich da tun? Kann nichts tun. Was soll ich dagegen tun? Gegen den Trickster. Die haben unser Geschütz kaputt gemacht. Ah. Zack. Oh. Jautsch. Ah. Ins Gesicht. Wow. Da haut es mich gleich vier Kilometer weiter nach hinten von Captain Daddy. Okay. Weiß nicht, wie ich das so laut sagen sollte. Daddy. Dann wird mein Video wahrscheinlich gesperrt oder so. Keine Ahnung. Was da bei YouTube so wieder schönes Einfels. Keinen Schimmer. Nerva. Ah, es tut mir leid. Ich habe echt lange war von War Thunder. Aber es ist War Thunder. Alter. Mein Gehirn ist schon so gewaschen. Von War Thunder. Nerva. War Thunder. Mordhau ist eigentlich ziemlich gut besucht noch. Wer war das? Boah, Alter. Es hat sich so ange... Was? Es sah so aus, als würde er nur ausholen. Aber er hat wirklich zugeschlagen leider. Jetzt wollen wir nochmal. Schein ist immer noch das Beste. Es klingt so random. Zack, 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 zack. Da liegt ein Fuß. Woher kam der Fuß? Eine Botschaft von Gott. Nee. Keine Ahnung, wo der Fuß kam. Kann ich... Mann. Naja, zielen ist auch eine Kunst. Das haben wir geschlossen. Autsch. Und den habe ich mit meinem Gesicht abgewehrt. Naja. Alter, es... Es quatscht und was auch immer. Richtig ekelhaft. Ganz einfach. Einfach richtig ekelhaft. Ich meine, das Beste ist immer noch... Guck dich das mal an. Das. Alter, das ist der OG... E-Sport-Gamer-ESL-Move. Sag ich euch. Also wenn ihr das im Mittelalter gemacht habt, dann... Dann wart ihr... Der Macher. Sag ich euch. Daneben... Und ins Gesicht. Okay. Kann ich... Nee, kann ich nicht. Alter, bist du... Unangenehm. Autsch. Okay, ich bekomme ziemlich auf die Fresse. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Aber das ist Mordhau in 2023. Das werde ich auch wieder so in den Titel einschreiben. Ja, weil... Klingt natürlich besser. Mir fällt aber ehrlich gesagt auch oft nichts Besseres ein. Und bevor ich jetzt irgendwie so eine... Dreiviertel, eine Stunde oder so... Vor meinem Video hocke und mir nur dumm denke... Wie nenne ich es? Nee, ich kann es einfach so nennen. Hey. Das ist doch uncool, Mann. Okay. Der eine wirft sein Schild auf mich und der andere... Keine Ahnung, bekommt einen Schlaganfall vor mir und ich habe Mitleid mit ihm. Und hau nicht auf ihn ein. Hm. Was geht da? Zu früh. Okay. Abstand, Abstand. Okay, also die... Alter, da haben die deine Verteidigung... Was machst du da? Fett ins Nasenbein reinbekommen. Das war knapp. Raau. Den habe ich geblockt. Das hat man gesehen. Den habe ich sowas von geblockt. Okay, wir haben die gleiche Idee, die... Idee, blablabla. Gleiche Idee gehabt. Okay. Nochmal. Ich habe auch nichts anderes mit. Ich habe nur dieses langen Schwert. Nämlich. Aber das Ding ist, ich habe mir halt auch die Rüstung genommen. Nicht, weil sie jetzt die Rüstungstats hat. Nein. Sondern, weil sie einfach cool aussieht. Ganz ehrlich. Also, so eine Templar-Rüstung ist das. Keine Ahnung. Schaut echt cool aus. Muss ich zugeben. Zu früh und gleich von beiden ein ins Gesicht bekommen. Zack. Und da ist das. Zack. Gegen den Schädel. Und gegen meinen Skrotum. Au. Wir verlieren gerade. Wir verlieren gerade. Die machen irgendwas kaputt. Die machen unsere Seile kaputt. Oder unsere Ketten. Was auch immer. Von dem Tor. Da. Ne. Das machen die kaputt. Ohne Kack. Was machen die jetzt gerade kaputt? Hallo. Ich weiß, du wirst mich killen. Das weiß ich jetzt schon. Irgendein Team mit von dir wird das auch gleich kommen. Okay. Er bekommt einen Pfeil ins Gesicht. Sie haben das Tor geöffnet. Ins Gesicht. Ich habe die Block-Tasse gedrückt. Block. Block. Nach hinten. Nach hinten. Und. Aus der. Aus der. Aus der. Beten. Zum Himmel. Zack. Zack. Au. Du nicht. Und ins. Au. Geh. Alter. Der hat mich fast gekillt. Der Team-Mate. Ich muss mich da auch kurz ein. Okay. Sie wurden gekillt. Ich brauche eigentlich Leben. Starbugs. Großschwert. Das haben wir da alles. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war Steuerung 2. Was ich jetzt gedrückt habe. und da ist mein, naja, mein Schwertknopf weg. Na ja, rennen wir nach vor, rennen wir nach vor. Was heißt hier pariert? Der Mann hat so eine Reichweite mit diesen Drecks, Stabäcks und dem allen. Es ist echt OP ein bisschen. Wie schnell pariert der Typ? Au. Alter, der pariert ja durchgehend mit dem Ding. Kann ich nicht auch so Gesten machen? Ich glaube schon. Warte jetzt. Da. Schwung. Das wollte ich gar nicht. Äh. 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 Okay, jetzt geht's wieder. Irgendeine Tastenkombination gerade gedrückt, die ein bisschen das Spiel kaputt gemacht hat, aber jetzt geht's wieder. Alles wieder im Lot. Alter, es sind gleich drei... Ich hab ihn geblü... Ich hab ihn geblögt, Mann. Er hat sogar seinen... Man... Oh. Okay, es fängt schon an. Es fängt schon an. Der Rage ist real. Es fängt schon an damit. was machst du da ist ich was macht der hier was ist das denn okay okay das werden wir das werden wir na ich wollte ausweichen aber irgendwas war hinter mir irgendwas hat mich gebraucht ich glaube ein teammate von mir okay die pushen uns grad hart aber wir nehmen gerade ihre sachen ein drum nehmen das ein dafür nehmen wir hier die sache jetzt ein bei ihnen gut warte wir gewinnen wir gewinnen kommt man kacke 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 tschüss okay tschüss alter blick gut im aimen das sind gegen aber dieses herkommst du jetzt raus das ist ein sponpunkt naja wirklich das gibt es mittlerweile ich habe das spiel so lange nicht mehr gespielt es gibt mittlerweile sponpunkt egal was egal cool meine ich egal weiß nicht was mit mir los ist gegen die achillesferse und in mein gesicht schon wieder boah alter sind die schnell pariert leider noch mal pariert und er kippt einfach um ja das war die alte schwäche und ich kipp auch um da komm spon dann möchte nicht ich habe doch gar sponen können bei dem punkt jetzt wieder oh hat das ich glaube das hat einen cool down oder ja ich glaube das hat man gar nicht gehört sich jetzt gerade im ding im video ich weiß dass du eine brandbombe auf mich wirst wie okay die sind sehr nah hinter mir alter wie schnell sind die ohne kacke ich weiß ich stirb gerade die ganze zeit und das liegt an meinem skill aber wie waren die jetzt auf einmal so schnell hä die waren ganz schnell als ich obwohl blödsinn ich habe ja auch ziemlich viel panzer natürlich ah ok ja das gibt es ihnen glaube ich dadurch dass die weniger panzer haben sind sie natürlich schneller ok jetzt geht es gerade ab jetzt geht es ab da haben wir einen mister v oh sorry ok der hat schon der hat ihn schon geköpft ok der schaut immer so aggressiv aus ja klar ich bin dauerstunt kann ich zum takte ja naja ich nehme mal einen anderen komm doch zum schluss das nehmen wir ich will den bogenschützen den hier bogenschütze go so und wir laden gleich einen pfeil rein klingt so dumm aber ja ist halt so ok ok 34 schaden der wurde von seinem eigenen getötet oder ich glaube schon der ging ah man ich habe einen dolch zur abwehr zur eigenabwehr zur selbstverteidigung aber ja bringt mir nichts bringt mir nichts wenn ich so schlecht bin getötet nichts die maids alter hat er gerade abgestorbt ich stock mal auf mehr muni hä wie geht der vorbei ok einmal gewitschaden gemacht dem auch ich muss weg stich na ouch ouch ja und er wirft seine Axt auf mich lacht mich aus dieser kleine Bastard sorry aber ich will spielen mittelalter spiel da war das wort ziemlich gängig also ich bin einfach nur in meiner rolle nur so als info ich bin einfach nur in meiner rolle ha ha welcher schuss ah ne ho 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 ok von der nahe ein kopfschuss nochmal also kein kopfschuss aber ho 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 alter ist der gerade implodiert oder was gerade mit dem wow wow ah das tut weh das ging in ouch das ging in meiner niere ok es muss wirklich weh tun na wir haben was macht der hier komm snipen sniper nein ist tot solltet was probieren ja ich glaub die runde ist gleich zu Ende ja die killen grad unsere paladins oder irgendwas irgendwie das sein soll ok sorry Gegner nochmal getötet alter die shotgun snap äh shotgun bogen der shotgun bogen ich sag's euch nochmal getötet alter wie dumm ist das das ist dumm das ist echt dumm das ist echt dumm keine mehr hier ich hab halt auch nicht mal einen recurve bogen weil das wäre ja eigentlich einer für den nahe kampf mehr in anführungszeichen ich hab einen langen bogen der macht aber mehr schaden das ist cooler das ist echt viel cooler kann nämlich eine headshot one shot machen viel schuss zwei hab ich noch ok deutsch raus ja nicht getroffen stich stich meuchelmord ich sag's euch dafür komm ich irgendwann noch ins gefängnis das ist ein paladin aber aber wir haben sie zurückgeschlagen ach muni wo bekomme ich aber muni öfter aus die �� das war ein team das war nicht das spiel ist noch doch lustig Ich sage aber, auch wenn er mich gekillt hat und ich jetzt dadurch gestorben bin, ist es schon lustig irgendwie ein bisschen. Irgendwo ist es schon ein bisschen lustig, weil er bekommt halt nicht mal Minuspunkte gerade dafür. Es wird einfach gezielt, als wäre ich halt runtergefallen, wenn nicht. Als wäre ich selber so dumm gewesen und runtergesprungen. Da sind sie schon wieder. 34 Schaden. Kleiner Mann, bitte stirb. Handbrustschütze, kein Handbrustschütze mehr, nämlich Headshot. Aha, daneben. Husa, au. Mit dem Bastardschwert auch noch getötet. Naja, das Wort war auch ziemlich normal. Eigentlich. Für frühere Verhältnisse war es komplett normal. War mal halt... Wie war das nochmal? Da war man eben der Sohn einer... Naja, nicht gerade so das nette Wort. Der Sohn einer... Insert... Ja, H-Wort... Ich will sagen, beleidigendes H-Wort. Das eine... Frau bezeichnet, die... viel... sexuelle Aktivitäten beginnt. Au. Das Profil-Bild... Okay, egal. Ich halte schon meine Fresse. Tut nichts zur Sache, glaube ich. Langsam wird's spät für mich, also. Das tut nichts zur Sache, aber wir haben eh gleich... verloren. Ja, haben wir. Wir haben gleich verloren. Da, 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 da. Nee. Nee. Team-Schaden. Okay, Schaden gemacht. Ich bin hilfreich. Immer noch hilfreich. Nicht mehr hilfreich. Alter. Boah. Ich hab' nen Dolch. Und nen Dolch. Dankeschön, Teammates. Hallo, ich bin ein Teammate. Nur so als Info. Ich bin vielleicht ziemlich blutig und datterrot, aber ich bin immer noch ein Teammate. Schaden. Schaden. Oh, sorry. Ich kann ihn, glaube ich, aber eh keinen Schaden machen. Wäre ein bisschen dumm, nämlich. Sonst... Haben wir noch einen Gegner? Zwei Gegners. Gegners. Mehr Gegners. 30 Schaden. Ich hab' ihn noch getötet sogar. Und den auch noch. Naja. Das war Mordhau. In 2023. Eigentlich schon ein ziemlich altes Spiel, aber es macht immer noch richtig Bock. Und es ist wirklich eine schöne Grafik auch, muss ich zugeben. Und es wird immer noch geupdatet, hab' ich gesehen. Also es ist ziemlich viel hinzugefügt worden. Ja, wenn euch Mordhau gefallen hat, lasst es mich vielleicht mit einem Like, einem Abo oder Kommentar wissen. Würde mich wirklich sehr freuen. Vielen Dank dafür, ob euch eben... Das Spiel gefallen hat, äh, gefallen hat, Mann. Und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Habt einen wundervollen Tag und... Ciao. Ciao.